Ich bin grad ein bisschen konzentriert, ich hoffe, ich mach das hier richtig. Ich bin grad ein bisschen konzentriert bisher, sonst zum Glück nicht. Was soll das denn heißen? Live. Taach, Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Reforged Battle mit dem Reto-HotTV. Hi, hi, so. Ich mach meinen Aufzug hier weiter. Genau, wir sollten vielleicht mal, da das ja jetzt offiziell aus unserer Base gilt, den Command eingeben für den Resource-Block. Stimmt, mach das mal eben. Wie war denn der Command? Äh, slash Resource-Block? Äh, slash Resource-Block. Genau. Ja, ich weiß, ich schreib übel langsam. Äh, da ist er. Ja, okay. Soll ich den irgendwie versteckt aufstellen? Ich mein, zerstören darf man ihn ja eigentlich nicht, aber wenn er bei einer, äh, gewollten Sprengungsaktion in die Luft geht, dann darf man. Äh. Keine Ahnung. Ja, ich weiß, ja. Ich, ich stell ihn. Mach was, wie du denkst. Lol, was ist bei denen los? Ich stell ihn einfach jetzt mal hier hin. Tü-tü-tü-tü. Damit, genau. Du hast jetzt auch die Nachricht, dass er gesetzt wurde, oder? Genau, genau. Äh, was hat Bomse gesagt? Er braucht 30 Minuten, glaub ich, bis er aktiviert. Genau. Jetzt steht da ein Hühnchen drauf. Ist das jetzt draufgeklettert oder gespawnt? Äh. Halt mal. Böses Hühnchen. Sieht da überhaupt aus? Alles klar, sieht ja voll fresh aus. Ja, ähm, ich wollte neun, äh, gib mal all deinen Steinen ein bisschen Öfen craften. Äh, dein Steinen, ja. Warte. Es craftet da selbst die Öfen, ja. Das gibt's ja gar nicht. Ich wollte das ganze Eisen effektiver brauen, wollte ich schon sagen. Dann brau du mal dein Eisen, ne? Ich braue das alles zusammen, ne? Natürlich, natürlich. Äh, so. Okay. Zack, und zack. Ja, das ist ein bisschen viel vielleicht. Aber nur eventuell, also, ne? Ist egal, ist egal. Äh, genau. Ich mach mal die, äh, den Fahrstuhl mit den Minecarts, weil... Äh, genau. ...ein bisschen gleich getestet. Es ist nicht so super mit den Booten, äh, deswegen. Wo ist Eisen? Oh, 18? Nicht 17? Oh, scheiße. Ne, leider nicht. Ja gut, ähm... Äh, ist zu spät. Genau, das Gold können wir auch noch irgendwo reinschmeißen. Hast du noch Kohle? Ähm... Ja, ja, vor meiner Nase. Genau. Ja, wow. Äh, wie mach ich... Achso, achso. Du wirst es immer wieder einsammeln, weil du da stehst. Sag mal. Sag mal. Äh, wie mach ich mein, äh, Tracks? Äh, Tracks, äh, sechs Eisen und ein Stick in der Mitte. Das gibt's ja gar nicht. Ist ja voll easy. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht, ne? Die gibt's ja gar nicht. Äh, wo ist denn hier Holz? Haben wir kein Holz? Ach, ich weiß, was ich machen sollte. Äh, ähm, Holz? Doch, ich hab Holz hier. Ich leg's in die Truhe. Mal die Hälfte behalte ich. Ähm... So, Hunger sollten wir jetzt auch verlieren, übrigens. Äh, wirklich? Wurde gesagt, dass das geupdatet wurde. So, ähm... Genau, was wollte ich machen? Ich wollte die, 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 die... Erstmal wollte ich mir eine neue Spitzhacke machen. Ähm... Ich wollte Zuckerrohr anpflanzen. Mhm. Weil wir brauchen davon sehr viel. Nimm dann mal die Boote, bitte. Warum denn? Ja, weil ich mein... Weil ich Platz für meinen Karts brauche. Meine Hüte. Äh, so. Jetzt pack die Sachen doch in die Kiste, du Idiot, ey. Scheiße, stimmt. Das leckt, oder? Das leckt dir, ey. Äh, so. Alter, du bringst mich voll raus hier. Was wollt ich denn jetzt machen? Äh. Die Minekraft-Skills verschwinden. Äh, äh. Gott, meine Hand liegt grad wie die Scheiße auf der Maus. Äh. Läuf bei dir, läuf bei dir. So. Ne Spitzhacke, ey. Ne Spende. Ne Spende, ey. Ne Spende, bitte. Wie, wo bin ich jetzt hier? So, dann grabe ich jetzt hier einfach mal ein bisschen rein. Okay. Und guck, dass wir innen drin ein bisschen versteckte Sachen machen. Wir können ja auch, äh, Betten verstecken und so erstmal. Wurde ja gesagt, hinter einem Block von der Oberfläche aus zu erreichen, muss es sein. Äh, wie genau ist das, wie, wie ist das gemeint? Wenn du oben an der Oberfläche rumläufst, darf nur ein Block, egal wo, zwischen dir und einer versteckten Kiste oder einem Bett sein. Das heißt, es könnte rein theoretisch, könnte man auch in einer Höhle, äh, was machen, solange alles ohne einen Block abzubauen, in einer, äh, ähm, ja, zu erreichen ist. Genau. Ah, alles klar. Wäre rein theoretisch regelkonform, macht man natürlich nicht. Ne, ne, äh. Wir bauen uns unsere Höhle selbst. Ne, okay. Ähm, genau. Die Battle Axes wurden jetzt auch verboten. Ach, verboten. Ich hab sogar noch eine im Inventar. Ja, dann schmeißen wir die mal weg hier, die auch. Weg. Einfach mal ins unendliche Wasser, was nicht unendlich ist, aber egal. Genau, genau. So. Ja, ähm, ich baue noch ein bisschen weiter. Wie mache ich den Elevator? Wie gehe ich da am besten vor? Was habe ich gesagt? Genau, drei Blöcke können weg sein, genau. Äh, ja gut. Ich hab alles, nur wie viele die Leid haben. Ich bin ein Profi. Alles klar. Ich bin ein Vollprofi. Ja gut, ne, also ich kümmere mich halt, wie gesagt, um das Anpflanzen. Mach das mal. Äh, ich mach's jetzt nicht zu krass versteckt. Ich mach einfach hier so, ne. Ja, äh, ich wollte gerade einen Zaun craften. Einen Zaun? Ja, einen Zaun. Ne Spende? Ne Spende, will ich gerade eine Spende craften. Ja, uh, da hab ich gesagt. Uh, das hast du, ne? Ähm, okay. Das ist schon wieder ein Hühnchen! Ah! Diese Viecher. Drei, Leiter. Ähm, haben wir Erde? Ah, weiß ich nicht. Musst du gucken. Äh. Ich hoffe mal, das reicht erst mal vom Platz her. Äh, Erde, Erde, Erde. Ja. Eventuell in der Kiste. Äh, sieben Stück, das reicht nicht. Hm. Mach mal eine Schaufel. Ich mach eine Steinschaufel, sonst. Wir brauchen sehr viel Eisen auch. Wir brauchen echt extrem viel Eisen. Ja, mach das. Für alles, für, äh, für Musketenschüsse, für die Musketen selbst und generell für alles eigentlich. Mhm. Ich bin grad ein bisschen konzentriert. Ich hoffe, ich mach das hier richtig. Äh. Ein bisschen konzentriert bisher, sonst zum Glück nie. Was soll das denn heißen? Ja, das ist leider eine Wahrheit aus. Dass du ja sonst immer so brain-half-kabelt bist. Ja. Äh, okay. Das sieht jetzt ein bisschen awkward aus. Das Gute ist, dass hier einfach so schon, äh, generiert Cobblestone mitverwendet wird in den Bergen. Ja, das ist richtig nice. Heißt, ich kann das einfach so auffüllen mit Cobbl und gut ist. Genau. So. Äh, zack, zack. 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 Und, okay. Bin ich oben? Ich bin gleich oben. Uh. Äh. Noch einmal. Zwei, drei, so. Zack. Zack. So, das Wasser. So. Die Stunde der Wahrheit ist jetzt gleich gekommen. Ich hoffe, es klappt. Wenn nicht, bin ich am Arsch. So. Okay. Runterspringen? Jetzt sicher ein Fallschaden sterben. Oh, Gott. Das Hühnchen, ey. Scheiße. Äh, so braucht Zuckerrohr jetzt eigentlich Licht. Bin ich eigentlich, äh, gut geworden? Nein, 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 nein. Och, nee, gar nicht. Okay, ich hab jetzt mal ein bisschen was angepflanzt. Ich hoffe, das reicht. Ich mach jetzt mal aus einigen schon Papier. Hä? 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 Was denn? Hey, nee, ich find mein Elevator hier grad gar nicht mehr. Wo bist du denn? Wo bin ich denn jetzt? Was ist das denn? Du bist da. Wo, hier ist das Loch. Ach, da ist das Loch. Hä? Hier. Okay. Ja, hallo. Da, hier. Ich komm mal im Tor. Du bist echt ein... Es ist... Ich sag dazu mal nicht. Ich bin ein Profi. So, okay. Festen. Erst nach unten. Und... Komm. Komm. Ja. So. Äh, äh, ich... Oh, es klappt. Yes. Also, wir müssen uns dann natürlich... Ups. Auch irgendwann mal um ne versteckte Kiste kümmern und alles mögliche. Ja. Komm, ich soll mal im Inventar. Schau dir meine Errungenschaft an. Komm, 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 komm. Weißt du denn? Okay. Ist er fertig? Ja. Ist auch außen alles gut verkleidet? Nein, nee, das doch nicht. Mach ich gleich noch. So, dann kann ich jetzt einfach runter ins Wasser springen und... Genau. Oh, das sieht man aber schon noch deutlich von außen. Was hast du denn da gemacht? Warte. Warum sind hier Löcher an der Wand? Das ist doch nicht fertig. Das muss jetzt fertig sein. Ja, das mach ich jetzt auch so. Guck hier. So. Du schwebst hoch und drückst rechtsblick und dann bis oben. Ja. Ach so, weil du jetzt grad drin saßt. Äh. Genau. Ja. Ja, super, ne? Passt. Passt. Äh, kann man das wenigstens schnell machen. So, das Zuckerrohr sollte dann hoffentlich auch mal wachsen. Ich kümmere mich um Musketen jetzt erstmal. Aha. Ich brenne mir mal ein bisschen Stein, ne? Zum Aufhören. Das ist jetzt so? Nein, andersrum. Okay. Och, Mensch, dieses scheiß Hühnchen. Ich kühle es aber nicht wegen Essen. Kann man da so. So, zwei Gunstocks. Ähm. Vielleicht irgendwie readen oder so. Ähm. Oh, jetzt ist... Ach so, das Eisen habe ich weggetan. Scheiße. Ähm, wir haben... Kein Flint, oder? Scheiße. Äh, ich habe Flint. Oh, perfekt. Dann geht er. Aber das wollte ich für ein Feuerzeug nutzen, für Neta, ne? Äh, das Feuerzeug wollte ich für eine Muskete benutzen. Pff, pff. Na und? Ja, gut. Äh, habe ich es gesagt. Äh, gibt es... Wobei, ich habe hier Gravel. Hier, da bitte schön. Raust du selber ab. Da. In der Kiste. Äh, da, Gravel. Okay. So. Jetzt muss man hier schon Gravel fahren, ey. Äh, wo packe ich das Obsidian- und das Neta-Portal hin? Noch nirgendwo. Geh weg da. Sonst sammelst du meine wertvollen Gravels ein. Ich kann das doch hierhin irgendwie bauen, oder? Nein! Warte einfach nochmal ab. Ich würde das Neta-Portal wirklich besser planen. Na gut, okay. Ähm, gut. Machen wir das? Äh, so. Warte mal. Die Muskete, wie craftet man die? Äh, mache ich für dich auch. Okay, weil hier ist ein Vollzeug. Achso, hast du das aufgesammelt? Nee, jetzt habe ich noch eins. Äh. Ich habe, ich habe gerade eins gecraftet. Ich habe doch auch zwei gecraftet, du Idiot. Ich habe doch, Mann. Ähm, G. Gut, nee, dann können wir das eine verwenden für das Neta-Portal, ne? Ja, ich habe jetzt noch eins, ne? Genau. Und das nutzen wir dann für das Neta-Portal. Also, wie viele Diamanten haben wir denn? Ähm, 18. Du hast die in deinem Inventar? Ja. Alter, da kann sowas von viel mit schief gehen. Ich weiß, ich weiß. So, dann würde ich sagen, wir packen an unsere Musketen einfach mal ein Diamant-Bajonett. Diamant, okay. Wir würden dafür, äh, pro Muskete einen Diamanten verbrauchen. Meinst du? Ach, das, das geht voll klar. Nee, mach, 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 mach. Oder sollten wir es lieber... Äh. Nein, mach das nicht. Nee, die Musketen sind nicht so teuer. Ich behalte erst mal die Musketen an sich. So, warte, ich gebe dir mal eine. Wo bist du denn? Ach, ich tue sie in die Kiste. Ähm. Tu mal das so hin. So, organisieren direkt das Inventar. Äh, so nicht. Aber egal, gut. Ähm. Wir haben ja das Schwert, auf das wir immer wieder wechseln können, also. Wie schließe ich? Alter, hör auf, den Zaun zu machen. Du brauchst doch noch Munition, du Idiot. Ach so. Okay. Wie crafte ich die? Ja, das... Ich kümmere mich um die Muskete. Mach du irgendwas anderes. Okay, gut. Dann, äh, verbessere ich mal hier den Weg. So, äh, okay. So. Wir machen mal ein Stack Munition für jeden von uns. Ja, ja, mach das. Weil, ähm, man kann auch relativ langsam nur damit schießen. Heißt, das sollte schon mal reichen. So, äh, äh, hier. Dein Stack Munition. Ja, okay. Ich tue ihn auch mal in die Kiste. Ja, ne, mach's in die Kiste. So, und dann wird's mal Zeit, das in den Tarn ein bisschen aufzuräumen. Pfeile brauchen wir gar nicht. Die Fackel kann erstmal auch weg. Ähm, das kommt weg. Gunpowder brauchen wir. Aber jetzt nicht mehr so viel. Äh, Cubblestone, die Cubblestone wollte ich behalten zum Bauen. Holz brauchen wir auch immer mal. Den Stick behalte ich auch so. Fleisch kann erstmal ein bisschen weg. Ja, Fleisch kann ich braten. Oh, lol. So. Wie meint das Loch hier, damit man das nicht sieht? Hast du eine Idee vielleicht? Warte. Warte, ich hab eine gute Idee, glaub ich sogar. Da läuft ein Creeper. Scheiße. Oh, scheiße. Lass mich doch noch die Sachen in den Ofen tun. Dankeschön. So, ähm, welches Loch jetzt genau? Das unten, das Eingangsloch? Ja, ich hab eine Idee. Ich würde sagen, du baust das einfach mit irgendeinem Stein zu und wir bauen den immer wieder ab, oder? Nee, komm mal runter. Ich zeig's mal. Ich hab voll die gute Idee gehabt. Oder du machst so ein Blätter drumherum gedöhnt. Ja, komm mal her. Nee, was? Ich seh von hier oben. Was ist denn? Äh, nee, also ich hab hier so einen Unterwassereingang gebaut. Oh, Iron. Okay. Hier ist einfach Reisen. Ja, gut zu wissen. Ähm, ja, so. Äh, Fleisch brennt. Was hab ich noch für Fleisch, was ich reintun kann? Äh, hier nochmal zwei Stück. So. Äh, das kann auch noch rein... Ja, doch, genau. Zack. Zack. Und es ist fertig. Yeah! Feuerwehrsirene bei uns. Yay! Gar nicht laut. Oh, ich hör's. Ja, gut, hab ich gesagt. Hab ich gesagt. Also mein Fenster ist zu, ne? Äh, hä. Kann ich nix für? Ja, ja. Das sind ja nicht so alle, ne? Warum hab ich Zucker? Wegen einer Hexe wahrscheinlich vielleicht. Ich weiß nicht mehr. So, das kann alles weg. Halt die Fresse da draußen. Ist mir egal, ob ihr jetzt gerade irgendein Haus habt verkelt. Mann. Okay. Auch schön. Ich darf einfach nicht reden, dann aktiviert's das Mikro auch nicht. Okay. Ähm. Was ist denn der nächste Plan? Eigentlich die Base weiter ausbauen, ne? Genau. Weil waffentechnisch, wir haben jetzt erstmal ein Diakatana und eine Muskete. Das ist erstmal so das Beste, was wir kriegen können. Darts. Darts. Stimmt, Darts. Äh, Darts. Hast du das noch nachgeguckt? Nee, leider nicht. Hattest du mir ja geschrieben. Nur, keine Zeit. Sorry. Ach Gott, ey. So. Eine Blowgun und dann... Was mach ich hier? Ey, musst du dir gleich anschauen. Das ist echt klasse, was ich hier mache. Wie ging das nochmal? Brauchte man da mehr Flint für oder Sticks oder... Ach Gott, wie gingen die Darts nochmal? Cool. Hallo. Ja, ich bin wieder da. Hi. So, die... Äh, da. Wo ist es geht? Okay. Ähm. Ah, da fühlt man sich... Ja, test es am besten nicht aus. Da halt die Schüsse einfach und jeder Schuss verbraucht auch 5 Haltbarkeit und die hat nur 100, die Muskete. Äh, sehe ich gar nicht, wenn man öfter... Ja, nee, siehst du auch nicht, wenn die noch nicht angebrochen ist. Gut, gut, äh... Nee, aber ich hab's getestet, also man sollte nicht zu oft schießen, wenn's nicht nötig ist. Alles klar, Schäfchen. Iron, kein Iron mehr. Iron? Ich hab, äh, 22 im Inventar. Und da ist ein Stack, okay. Dann mach ich mir mal Eisenrüstung, ja? Äh, ach ja, richtig, Rüstung. Genau, würde ich jetzt schon mal sagen. Ja gut, dann hätte ich aber gesagt, wir machen schon mal, ähm, ne Diabrostplatte, oder? Hätte ich jetzt schon gesagt, oder? Nein, ja, keine Ahnung. Die Errüstung ist das Sinnvollste, was man machen kann. Ich weiß, ich weiß, gib mir mal bitte all dein Iron, bitte, wenn's geht. Ich mach jetzt die Chestplate, ja? Mhm. Na, gib mir mal bitte Iron. Iron. Warum denn? Nee, gib mal ja. Warum? Dann kann ich ein Anvil machen. Achso, ein Anvil, ja. Kann ich auch machen. Mach du den halt. Das heißt das... Hey, me, 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 me. So, ein, zwei, drei. Wir sollten das Ganze echt mal ein bisschen besser verstecken und die Base erst mal ausbauen, hab ich so das Gefühl. Das sieht einfach so offensichtlich aus hier. Mann, sind wir gut. Es muss doch auch offensichtlich sein, Mann. Das ist viel zu offensichtlich. Ich mach mir gleich da noch ne Fahne hin. Folgenende. Ja gut. Folgenende. Wir waren produktiv. Äh, gut, hast du irgendwas noch zu tun? Ähm, ansonsten so, ich hab jetzt Rüstung, das darf... Äh, wir gucken dann, wie die Blowgang, äh, oder die Darts gehen, die guten. Ja. Oh, lol. So. Okay, das ging nicht mal schnell. Dann würde ich sagen, da war es mit der Folge gewesen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal ein Like da und schaut auch bei mir als anderen vorbei. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao. Ciao, Leute. słuch悟 Ciao. Ciao. Vielen Dank.